Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 3, der Hauptstory. Wir sind in der Mission Gura Damm. Weiter geht's. Oh Baby, wir spielen Ghost. Gute Jagd, Lieutenant. Reden so, Johnny. Geh jetzt rein. Ghost, Shadow hat vorräte für dich reingeflogen. Aber vorsicht, sie sind wohl von Conny umstellt. Kein Problem. Wenn du die Abwehr für Bergen kommst, soll das Hefreich sein. Aber bleib am Ball. Das ist doch so cool. Katar, против mich! Verhüt' mich! Verhüt' mich! Verhüt' mich! Verhüt' mich! Verhüt' mich! Scheiße! Bäh! Ganz gemütlich hier gerade noch eine Trophäe machen. Pass auf! Auf! Andor! Wecker! Wecker! 07! Ich seh' eine Bombe! Händen im Truck! Pass da, wer zum Fahrnoyen! Entferne die Ladung und verschwinde da! Ah boah! Trophäe haben wir, jetzt können wir loslegen. Bombe entschärft! Jetzt machen wir's nochmal richtig. Dafür musste man diese Bombe während das Fahrzeug noch fährt entschärfen. Aber jetzt kann man alle ruhig loslegen. Emil. G Hahnemel. Hau! Sov skills. Da. Holy shit. Watcher, Conny, bewacht dein Gebäude. Am Fuß, Distanz. Roger, gesichtet. Watcher 1, Conny, wachen gesichtet. Südwestliches Gebäude. Finde die Sprengladungen und entschärfe sie. Ich habe Sichtkontakt zu dir verloren. Scheiße. 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 Ich werde die Sprengladungen und entschärfe es nicht. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Schaut euch! Ach! 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 Kraftwerk sieht sich aus. Ach! Ach! 07, registriere Aktivität auf den Stegen südlich von dir. Sie suchen nach dir, Ghost. Pass da unten auf deinen Arsch auf. Ach! 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 07 ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan gegen uns. Ach! 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 Truck ist sicher! Ach! M1 an Watcher 1. Hier ist Watcher. Wir haben hier oben ein Problem. Benzin-Kanister im Wasser. Noch intakt. Makarov will die Wasserkrankung vergessen. Makarov flutet nicht nur die Stadt. Er verseucht auch das Wasser. Ach! 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 Watcher, Conny hat eine Ladung auf dem Steg platziert. Scherbe die Ladung und verschwinde da. Steg, Bombe entschärft. Ghost, Sie durchsuchen den Bereich. Bleib außer Sicht. 07, wir haben feindlichen Funkverschirm angefangen. Conny hat vier aktive Sprengkommandeteams. Sie werden die ganze Basis ananieren. Mach kurzen Prozess. Vier Teams, vier Bomben. Heißt, wir müssen noch zwei weitere finden. 07, Conny müssen überreicht das hier ab. Bleib ruhig. 07, feindliche Helis im Anflug. Schließt er schnell in Ausmaß, kommt richtig her da. 07, Sie sind hinter dir her. Beileibe. Oh, shit, Digga. Schau er mich in der Kontrollstation um. Vorsicht, 07, ich kann dich da drin nicht sehen. Alter, nicht ein Mörser, was diesen Huren-Helikopter beschlacht hat. Ah! Watcher 1, da ist eine Bombe in der Kontrollstation. Verstanden, Ladung entschärft. Ladung ist entschärft, die Kontrollstation ist sicher. Drei Bomben erledigt, nur noch eine. So, nicht Entschärf 1, hier, Bravo 7, 1. Habt die Hälfte des Reservoirs geschafft. Mehrere Kalister gesammelt. Roger 7, 1, gute Arbeit. Sieh zu, dass du alle findest. Belast dich drauf, Watcher. Blicken im Zahn zu, Ghost. Wenn die Ladungen hochgehen, haben wir ein Problem. Blicken im Zahn. Wir haben seine Stärkung, wir sind zu, dass du alle fährst. 2, die Strasse hat, wo sie. Betriebe, Autos, wir schauen in deine Richtung. 5, 2, 1, genau. 5, 1, genau. Das ist doch so lächerlich. Ein Schuss tot. Sofort liegen. Und dann, statt ich mich wiederbeleben darf, schießt er mich sogar noch tot, wenn ich gerade am Wiederbeleben bin. Ach, alles wieder von vorne. Ja, natürlich. Alles klar. Alles klar. Richtiger Hurensohn-Move. So lächerlich. Oh, da wird die Alte mich noch ein bisschen stressen dort. Wie viele Kugeln, Digga. So. So. Das ist schon. Das ist schon ein bisschen. Watcher. Habe kommt, Herr Läger im Gebäude im Südwesten. Finde die Sprengladungen und erschärfe sie. Pause ist vorbei, Lieutenant. Los geht's. Watcher, Conny, bewacht ein Gebäude. Am Fuß des Danks. Roger, gesichtet. Überprüfe die Kontrollstation auf Sprengsätze. Ich kann nicht durch Wände sehen, Ghost. Sei vorsichtig. Vorzeitiges Ablegen. Watcher 1, die Kontrollstation ist präpariert. Verstanden, Leute. Kontrollstation entschärft. Alles klar hier. Bravo, 7-1 an Watcher 1. Hier ist Watcher. Wir haben hier oben ein Problem. Benzinkanister im Wasser. Noch intakt. Makarov will die Wasserversorgung vergiften. Makarov flutet nicht nur die Stadt. Er verseucht auch das Wasser. 07, rücke zu den Bautenplätzen vor und entschärfe sie. Die Zeit drängt. 07, ich habe kein Sichtkontakt, solange du da drin bist. Blatt gemacht. Der steht nicht mehr auf. Uns läuft die Zeit davon, 07. Weiter vorrücken. Noch ein rasanter Abgang. Keine Sprengesätze im Kraftwerk. Noch ein rasanter Abgang. Keine Sprengesätze im Kraftwerk. 07, registriere Aktivität auf den Stegen südlich von dir. Er ist eindeutig fertig. 07, ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan gegen uns. Hecke eingeschützt. Watcher 1, Bombe entschärft. Steg ist sicher. 07, wir haben feindlichen Funkverkehr abgefangen. Conny hat vier aktive Sprengkommandoteams. Vier Teams, vier Bomben. Heißt, wir müssen noch zwei weitere finden. Ausgeräuchert. 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 Sauberer Schuss, 07. 07, rücke zu den Bombenplätzen vor und entschärfe sie. Die Zeit drängt. Erstblatt. 07, ein Conny-Heli dringt in den Luftraum 1. Oh, dahinter. Wow. Also das ist doch wirklich... Also letzter Kontrollpunkt laden bedeutet die ganze Mission schon wieder von vorne zu spielen. Ich bin ganz ehrlich, diese offenen Missionen finde ich dünnschiss ohne Ende. Wirklich dünnschiss ohne Ende. Finde ich richtig scheiße. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist blanker Müll. Wer so nicht, was sich das ausgedacht hat. Es ist aber blanker Müll. Ziel erledigt. Ich halte sie auf. Die ganze Basis alarmieren. So weit, so gut, 9th. Haus ist vorbei, Lieutenant. Los geht's. Der hat's hinter sich. Korné westlich meiner Position am Fuß des Damswatcher. Bestätigt. Habe Sichtkontakt. Einfach nur lächerlich. Uns läuft die Zeit davon, 07. Weiter vorrücken. Durchsuche die Kontrollstation. 07, ich habe keinen Sichtkontakt. Watcher 1, die Kontrollstation ist präpariert. Verstanden. Entschärfen, sobald... Moment. Bombe entschärft. Kontrollstation gesichert. Bravo 7-1 an Watcher 1. Hier ist Watcher. Wir haben hier oben ein Problem. Benzinkanister im Wasser. Noch intakt. Makarov will die Wasserversorgung vergiften. Makarov flutet nicht nur die Stadt. Er verseucht auch das Wasser. Es wird keine Überlebenden geben. Ihr zwei seid jetzt die einzigen, die ihm im Weg stehen. An die Arbeit. Weiter vorrücken, 07. Uns läuft die Zeit weg. Watcher 1, Conny bewacht ein Gebäude im Südwesten. Finde die Sprengladungen und entschärfe sie. Ich kann nicht durch Wände sehen, Ghost. Sei vorsichtig. Der ist hin. Der ist hin. Terminiert. 07, ab zu den Bomben. Die Zeit läuft momentan gegen uns. Keine Sprengesätze im Kraftwerk. Der ist erledigt. 07, registriere Aktivität auf den Stegen südlich von dir. Der ist erledigt. 07, registriere Aktivität auf den Stegen südlich von dir. Zurück. Das hundraht. Anregeln werden mit einem Filmkring vom Arabischen Halbomisch geschlossen. 8, signifikate Schmack. Die Sprengung von notions 로�innen und nehmen. Schweigen, lasse Begebert. Schrauben, losse子! Schrauben, die Sehle! Schrauben, die Schrauben, die Schrauben in der Stegen herbewerbe! Kdo? Kdo, den sie zu schraubigen! Es ist ein feindliches Fahrzeug, näher sich deine Position auf. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Wenn die Ladungen hochgehen, haben wir ein Problem. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Es ist ein feindliches Fahrzeug, das ist ein feindliches Fahrzeug. Verlass dich drauf, Watcher. Und läuft die Zeit davon. 5 Stinger noch. 5 Stinger noch. 5 Stinger noch. 5 Stinger noch. Los geht's. 5 Stinger noch. Was ist das denn? Kompliziert Sicherheitskräfte bei dem Prat. Sie werfen Fallschirmjäger ab. Sie nehmen die Pfeiler ins Visier. Ghost, abzu dem Truck. Kontrollieren die Traten. Alter! Fickst du weg oder noch? Sehr gut. Welche Bombe ist im Truck? Verstanden. Entschärfe die Ladung und verschwenden. Watcher 1, Überlauf ist sicher. Alle Bombenplätze entschärft. Hier oben ist alles klar. Der Savoir ist sicher. Verstanden. Bereithalten. Yankee, hier ist Watcher 1. Er bittet sofortige Explikation für Slow bei sekundärer HLZ. Ghost, halt dich bereit. Verstanden, Watcher 1. Sind unterwegs. Schwing die Rufe, Nick. Wir haben Fracht zu laden. Roger. Noch eine Minute. Nach .. ... ... ... ... ... ... ... Die Bärbehalte ist hier. Lande bei der Brücke! Bravo Sieg! Wir laden eine Brücke auf dir! Bewege deinen Arsch! Roger! In Bewegung! Bereithalten! Arbeiten! Verstanden! Erflug! Gute Arbeit, Nick! Soap, Ghost, ihr habt eine Stadt gerettet und Makarov empfindlich getroffen! Zurück zur Wartung! Mission erfüllt! Verstanden, Roger! Wir klären zum All-Internet! Ghost und Soap haben an Damm eine Katastrophe verhindert und Makarov gestoppt! Jetzt bist du dran! Mit Phara und Alex wird es gelingen! Du und Grave seid im selben Team, John. Vergiss das nicht! Ich vergesse gar nichts! Sieht gut aus, Jungs! Wir sind bereit für Pre-Check! Bleib für Pre-Check! Ja! Lass es losgehen! Wir agieren gemeinsam! ULF, 1, 2, 1 und Shadow! Alle zusammen! Ja! Ganz sicher! Wenn nicht, verlieren wir! Ist Triebwerk startklar! Vergangen! Beginne Triebwerk check! Check! Startklar! Shadow ist betankt! Kontrolle! Komm! Freigabe zum Rollen, Shadow! Roger! Fliegen wir! Shadow und Goat Eagle! Shadow und Goat Eagle! Kärze gezündet! Zuschlagen, Shadow! Goat Eagle! Shadow 1 ist auf Station! Shadow 1! Das Bodenteam ist am Sammelpunkt Friedhof! Ihr gebt Deckung aus der Luft, während sie die Chemikalien und Makarov aufschwören! Verstanden! Shadow 1! Oh yeah, Alter! AC-130 immer wieder schön! Solche Missionen einfach alles wegzubomben ist einfach herrlich! Herrlich! Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder! Bis dort hin, haut rein! Euer WorldGamerYoutube! Ciao!